Hallo liebe Stefanie, hallo Annabelle, hallo Sven. Ich kann euch hier eine ganz, ganz heiße Empfehlung geben, nämlich für den Bindungskongress mit Top-Experten, mit Top-Interviews. Ich bin auch dabei, ich freue mich so sehr, dass ihr dieses wertvolle Thema für die Familien und angehende Mütter wirklich auch so präsentiert, dass jeder was davon hat. Unglaublich wertvoll. Also das sind die Experten, kann ich nur sagen, wenn es um das Thema Bindung geht. Ich freue mich, dass ihr diesen Kongress macht und dass ich dabei sein kann. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dass du dabei sein wirst, Stefanie. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass es heute auch mit dem Treffen hier geklappt hat. Ganz toll. Und seid gespannt auf Stefanie Bruns Interview, was sie mit uns geführt hat zu unserem Bindungskongress. Ja, unbedingt anmelden, hier jetzt gleich, sichere dir einen Platz und sag auch deinen Freunden Bescheid. Alles klar, auf bald. Ciao. Ciao. Ciao.